Der KinoCast Lass mal anfangen. Lass mal anfangen. Hallo, herzlich willkommen zu... Ach nee, wohin. Ja, hallo. Kannst ruhig weitermachen. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin jede Hilfe dankbar heute. Herzlich willkommen beim KinoCast. Hallo Chris, diesmal zuerst, weil du ja schon mal losgelegt hast. Hallo Kate. Hallo. Hallo auch von mir. Hier ist der Erik. Mittlerweile dürftet ihr uns, ihr meine ich, liebe HörerInnen, ihr dürftet uns ja auseinanderhalten können. Genau. Moinsch. Wird er? Moinsch. Moinsch. Was? Moinsch. Moinsch. Meinst du das? Ach, Moinsch. 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 Okay, ja. Alter, der Schwäbisch schwätzt, das ist der Chris. Erwängst. So, wir haben Filme mitgebracht. Und wir waren uns nicht sicher, ob wir drüber reden dürfen. Wir reden drüber. Gran Turismo haben wir gesehen in der Sneak Preview. Da gab es nämlich eine harsche Mail vom Filmverleiher von Sony Pictures, die zu Pressevorführungen einladen. Die Pressevorführungen finden am 4. August in Köln, am 7. August Berlin, München, Hamburg statt. Und man darf aber erst ab dem 8. August drüber reden. 8. August sogar 15 Uhr. Sogar zeitlich. Also eine Sperrfrist für Besprechungen jeglicher Art. Inklusive Blogs. Aber da können wir ja nichts ändern. Wir haben es ja nicht in der Pressevorführung gesehen und wir haben das auch ja nicht unterschrieben, dieses Ding. Deswegen werden wir euch sagen, was Gran Turismo so kann. Der Film, nicht das Spiel. Dann haben wir noch im Angebot. Ein Film von Netflix, Missing. Das ist der inoffizielle Nachfolger, glaube ich, von Searching, den wir mal in der Sneak Preview top bewertet hatten. 10, 9, 9 waren damals die Wertungen. Und ich habe Tar geschaut, nachdem ich ja letzte Woche The Whale geschaut habe. Einer der Oscar-Nominierten, die ich nicht geschafft habe zu schauen dieses Jahr. Und Tar ist der zweite, den ich nicht geschafft habe zu schauen. Den konnte ich jetzt im Heimkino nachholen. Und ich habe noch geschaut, Aquarium of the Dead. Worum könnte es da wohl gehen? Mal schauen. Podcast-Tipp habe ich auch noch parat. Um Lamas. Vielleicht. Vielleicht. Jetzt musst du mit deinem Soundboard irgendwie so einen Tusch abholen. Da bin ich noch dran. Du darfst gleich mal anfangen. Gran Turismo. Ich darf anfangen. Gran Turismo. Toller Film. Wir fahren im Kreis. Auf Wiedersehen. Nein, viele, vielleicht viele, ich hoffe viele, kennen ja die Sony Playstation. Und jedes Mal, wenn die neue Playstation rauskommt, kommt einer der wohl wichtigsten Titel für die Playstation. So ein Playstation-Exklusiv-Titel, wenn ich mich nicht täusche. Es kommt dann immer ein neues Gran Turismo auf jeden Fall mit raus, das da schon auch sehr viel von der neuen Hardware der Playstation umsetzt. Und Gran Turismo schmückt sich ja damit, eines der wohl realistischsten Rennspiele, Rennsimulationen zu sein. Das ist jetzt nicht mehr wirklich ein großes Rennspiel, sondern es ist tatsächlich eine Rennsimulation. Und das immer wieder Autos enthält, da muss man halt auch Strecken abfahren und gewisse Aufgaben schaffen in irgendwelcher Zeit mit irgendwelchen Autos. Da kann man ganz viel rumstellen und einstellen. Das ist wirklich sehr, sehr detailverliebt, es ist sehr, sehr, wirklich sehr, sehr genau sogar, so genau wie es halt geht. Einzig, was halt fehlt, ist wirklich, dass du in so einem Rennwagen drin sitzt. Und zu eben diesem Spiel gibt es nun auch einen Film, der ebenso heißt. Also bei uns in Deutschland heißt er Gran Turismo. Erik, wie heißt er im Original? Gran Turismo, Doppelpunkt, Based on a True Story oder so ähnlich. Genau. Muss man mal kurz gucken? Based on a True Story ist es nämlich auch, weil es setzt einen jungen Mann in den Mittelpunkt, nämlich Jan Margenborough. Jan mit Doppel N. Jan ist Brite, wohnt bei seinen Eltern, also im Film oder zumindest so dargestellt, wohnt auch bei seinen Eltern. Sein älterer Bruder ist ein ziemlich begabter Fußballspieler. Sein Vater ist auch ehemaliger Kicker. Der natürlich auch in der Fußballwelt drin ist. Seine Mutter ist ein ehemaliges Spice Girl mit Jerry Halliwell. Jerry Horner heißt sie jetzt. Ah, okay. Sorry. Und Jan hängt halt wirklich den ganzen Tag mehr oder weniger an der Konsole und zockt Gran Turismo, weil er ihm das total gepackt hat, weil das einfach sein Spiel ist, weil das ihn einfach erfüllt und ihn quasi da diesen Rennsport reinbringt, was er einfach so liebt. Und das stößt in der Familie nicht so wirklich auf Gegenliebe, weil die Mutter akzeptiert es zwar mehr oder weniger, aber ist halt die Mama, die sich groß dann die Sorgen macht, so was wird aus meinem Jungen. Der Vater akzeptiert es nicht so wirklich. Der sagt, ey, du hockst immer nur von dem scheiß Videospiel. Und sein Bruder zieht ihn natürlich auch da damit auf, indem er auch die Uni geschmissen hat und was weiß ich was. Aber ja, also er drückt halt, wie gesagt, gerne auf dem Controller rum oder gar nicht mehr auf dem Controller, weil da hat er auch schon so ein richtiges Lenkrad und alles sich eingerichtet und weiß, wie man die Autos einstellt, weiß, wie man die Strecken fahren muss. Und ist da ein relativ sehr guter Fahrer. Ja, und dann gibt es eben die andere Geschichte, die andere Seite mit Danny Moore, der Orlando Bloom verkörpert den und Danny Moore arbeitet bei Nissan und soll da ein bisschen das Geschäft ankurbeln und hat dann eben die bombastische Idee, hey, wir gründen die GT, also Gran Turismo, die GT Academy, die es ja auch in Wirklichkeit gibt, muss man auch gleich dazu sagen. Und machen da einen Wettbewerb. Wir holen Fahrer von der Konsole auf die Rennstrecke und schauen mal, was die so können und was die da wirklich so können. Ob das wirklich die Vision auch von Gran Turismo sich übertragen lässt doch auf die Realität, dass man sagt, hey, ich habe das Fahren quasi auf der Konsole gelernt und kann das in den richtigen Rennwagen übersetzen. Und er wird natürlich ein bisschen belächelt dafür, aber Nissan sagt, okay, wenn du das schaffst, dann bekommst du oder dann bekommt der Fahrer auf jeden Fall auch einen Vertrag bei uns und dann schauen wir mal, was wir da so machen können. Und so macht er sich eben auf und sucht erst mal noch einen Renningenieur. Da dabbt er an Jack Sorter hin, der wird von David Harbour gespielt, der bei einem Team arbeitet, die, ich habe den Namen vom Team vergessen, aber die bauen Lamborghinis um und haben da auch einen Nachwuchsrennfahrer, der ein ziemlicher arroganter Sack ist. Ja, so reiche Schnösel, die halt Rennen fahren wollen, die kriegen halt so fette Autos gebaut, mit denen sie auf jeden Fall irgendwie vorne landen. Schwarz und Gold, ne? Das sind da die Hauptfahrten. Hatte nicht Aubameyang auch irgendwie so ein Ding? Ja, das kann sogar gut sein. Und Danny Moore fragt dann auch bei Jack Sorter an, ob der, also der telefoniert ein paar Leute ab und die winken alle ab und sagen, ey, die kannst du vergessen, ich will Videospiele, was soll denn der quackt. Und der letzte auf seiner Liste ist dann quasi Jack Sorter, der auch sagt, ey, nee, was, was spinnst du? Also total unrealistisch. Allerdings kommt bei einem Abendessen von seinem Team dann zu einer Situation, wo die halt da hocken und der Fahrer halt so, ja, ich bin eh der Geilste und überhaupt. Und das ganze Team dann so, ja, boah, du bist der Beste. Nur halt er sagt, nee, du, in den Kurven verlierst du Geschwindigkeit, da machst du das und da musst du ein bisschen aufpassen. Und dann schaut er ihn halt an und sagt, ey, du bist nur ein Techniker, warum, ich nehme von dir keine Tipps entgegen, was willst du überhaupt als gescheiterter ehemaliger Rennfahrer? Und das ist halt genau die Art von Wertschätzung, die nicht da ist. Und das treibt dann Jack in die Arme von Danny mehr oder weniger, der sagt, hey, pass auf, ich bin dabei. Aber sobald ich merke, dass da was schiefläuft oder dass es wirklich verdammt gefährlich ist, bin ich raus. Ich möchte keine Menschenleben auf meinem Konto haben oder auf dem Gewissen haben. Und dann machen die sich eben dran und gründen die GT Academy und laden dort dann eben Fahrer ein, die sich über ein Turnier qualifizieren. Und da ist eben Jan Martinborough, der von Archie Madeque gespielt wird, der ist eben dann derjenige, wo es sich in dem Qualifying durchsetzt. Und die bringen dann weltweit die besten Fahrer zusammen, eben in die GT Academy, wo sie sich beweisen müssen, wo sie halt fahren lernen, wo sie wirklich sich durchsetzen müssen. Fitness beigebracht bekommen, die ganzen Gamer, die noch nie, weil man braucht ja ein bisschen Fitness, wenn man den G-Kräften da standhalten will. Genau, genau. Also es ist, ja, es ist tatsächlich, also sie werden da getrimmt, sie werden da fit gemacht und eben auf die Rennen vorbereitet. Und es wird dann aber auch knallhart aussortiert. Also es setzt sich mehr und mehr, immer mehr setzt sich dann, setzen sich manche durch. Natürlich ein Fahrer aus den USA ist ganz Matty, Matty Davis müsste es sein, der sich da auch relativ gut durchsetzt und relativ stark ist und auch sehr präsent ist, weil die kriegen auch Medientraining. Und Jan ist eben derjenige, der medial nicht so der beste Junge ist, weil er halt ein bisschen, ja, er will eigentlich nur fahren. Er ist so ein bisschen, stolpert da so ein bisschen rein, so ein bisschen, ich glaube im Englischen würde man sagen, so ein bisschen clumsy, was das angeht. Und dann kommt es eben zum großen Showdown, zum ersten großen Abschlussrennen, nachdem es heißt, hey, es sind nur noch fünf Stück über und der Schnellste davon, der kriegt dann den Vertrag. Und da setzt sich eben Jan ganz, ganz hauchdünn durch gegen Matty. Und dann gibt es noch eine kurze Diskussion, ob Jan wirklich derjenige Richtige ist für den Vertrag. Und dadurch, dass er schon im Vorfeld mit Jack Salter da Sachen, mit seinem Range-Ingenieur da schon Sachen besprochen hat, weil es eben auch zu einem Unfall schon kam, wo beide drin saßen. Und der Jan eben sagt, hey, die Bremsen sind verglast. Und wir haben nachgeschaut während dem Film noch, ja, das gibt es tatsächlich, verglaste Bremsen. Also wir sind ja jetzt auch voll konfirm. Voll committed, wir sind committed. Ja, committed. Wir müssten uns committen, 100 Prozent committen. Das war etwas, was etwas arg genervt hat in dem Film. Oder sehr strapaziert, der Ausdruck im Film. Ja, aber es gibt eben diesen Unfall, der sagt, ja, ich konnte nichts dafür, die Bremsen waren verglast. Ey, die Bremsen, wenn die nicht verglast waren, bist du raus. Und dann kommt halt raus, ja, die Bremsen waren wirklich verglast. Und da hat Jack eben gemerkt, okay, das, was der Jan von sich gibt, ist gar nicht so dumm. Und der hat tatsächlich recht, der kennt sich tatsächlich da doch aus. Und das hat er halt alles über die Konsole gelernt. Und es kommt dann, wie es kommen muss. Sie sagen, okay, wir setzen dich in den Cockpit von so einem Rennwagen. Und wenn du Platz, was, fünf oder sechs erreichst in einem Rennen, dann kriegst du die FIA-Lizenz. Und dann können wir dich richtig auf das ganze Geschehen loslassen. Und das probieren sie dann eben. Und es ist ein bisschen holprig alles, der Anfang, weil die Realität, Rennfahren ist dann doch noch mal ein bisschen anders, wie wenn man das Ganze an der Playstation macht. Weil wenn du einen Playstation halt einen Unfall baust, machst Reset, fängst du vorne an. Das funktioniert halt in echt nicht wirklich. Und Jan fährt ganz gut mit immer wieder, muss allerdings dann auch auf die Attacken von außen achten. Ist natürlich weder von den Fahrern vor Ort, die alles so aus dem Cardsport kommen, von unten schon von klein auf hochgearbeitet haben, nicht wirklich angesehen. Genauso bei seinem Team, die ihm die ganze Zeit, der eine, der Leiter von der Werkstatt nennt ihn die ganze Zeit nur Noob. Und Noob hier, Noob da. Und die nehmen ihn eigentlich auch nicht so wirklich für voll, weil sie sagen halt, ja, ist halt ein komischer Vogel. Gut, wir kriegen unsere Kohle, aber ja, glauben eigentlich nicht, dass der das packt. Aber Jan setzt sich tatsächlich durch und darf dann Rennen fahren. Und das Ganze, man sieht es auch tatsächlich im Trailer, weil ich hier den Trailer noch habe. Da gibt es dann, dann fahren sie quer durch Europa, quer durch die ganze Welt, eigentlich die Rennen, er fährt dann immer mit. Und es kommt dann zu einem folgeschweren Unfall auf der Nordschleife, wo eben der Wagen von Jan abhebt. Spoilert noch nicht alles. Nein, das sieht man im Trailer. Ja, macht ja nichts. Manche sehen vielleicht den Trailer nicht. Ah ja, okay. Also es kommt auf jeden Fall trotzdem, das habe ich schließlich gesagt, es kommt zu einem Unfall. Und sie kriegen dann als letzte Chance, sich doch noch zu beweisen, kriegen sie die Chance. Das ist beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans zu fahren. Aber wie das ausgeht, das sage ich jetzt natürlich nicht. Ja, der muss ja erst mal wieder nach dem Unfall wieder zurück ins Leben finden und alles. Ja, genau. Ja, das ist das. Und der Witz in Anführungszeichen in dieser Sache ist, das basiert ja wirklich auf einer wahren Geschichte. Also Jan Mardenborough gibt es wirklich. Der ist am 9. September 1991 geboren. Und ein bisschen Abweichung ist, dass der echte Jan schon trotzdem im Kartsport tatsächlich ein bisschen aktiv war. Der hat drei Jahre in Cardiff damals Kart gefahren. Dann wurde die Kartbahn zugemacht. Dann hat er da wieder den Anschluss mehr oder weniger verloren. Aber 2011, also mit 20 Jahren, hat er dann an der GT Academy teilgenommen. Der Wettbewerb von Nissan und Sony, den es da wirklich, also gab es wirklich, gibt es wirklich. Und hat sich da tatsächlich durchgesetzt. Gegen 90.000 Teilnehmer damals in echt. Und das heißt, vieles in dem Film ist tatsächlich auch wirklich so passiert. Und auch wohl wirklich so sehr, sehr nah an der Realität erzählt. Oder ziemlich nah an der Realität erzählt. Und das, finde ich, macht der Film eigentlich auch so ein bisschen aus. Der erzählt jetzt nicht so wirklich die komplett abgehobene Geschichte. Er arbeitet ganz arg toll, wie ich finde, mit diesen Anzeigen, welcher Fahrer auf welcher Position. Das hat mir super gut gefallen, immer in den Rennen. Wenn so oben drüber drauf liegen, welche Position Jan gerade hat. Auch eine schöne Szene relativ zu Beginn ist, wenn er in seinem Zimmer hockt. Und um sich herum baut sich virtuell das Auto zusammen, in dem er dann sitzt. Das fand ich auch schon sehr, sehr cool. Und das ist ganz arg vieles, was ich echt schön fand. Was ich auch gut gemacht fand. Was mir auch gut gefallen hat. Wie oft in solchen Filmchen gibt es dann auch irgendwie eine Liebestory. Aber auf die wurde nicht so viel Wert gelegt. Sondern es war einfach da. Das war nett gemacht. Das war ein netter Sidequest sozusagen. Ohne groß da den Mega-Fokus zu haben und drauf zu fokussieren. Sondern es bleibt bei der Geschichte, dass das Ganze einfach gut zu erzählen. Jetzt in einem angenehmen Tempo auch. Ich meine, der Film dauert zwei Stunden 15. Er nimmt sich schon auch Zeit. Und jetzt kommt allerdings das große Aber in dem Fall. Ich hätte mir, und das haben Erik und ich auch während dem Film schon besprochen, tatsächlich ein bisschen mehr Renne-Action noch gewünscht. Also ein bisschen anders dargestellt. Einfach mal so eine halbe Runde oder sowas mitfahren mit den Rennwagen. Das wäre einfach ein bisschen dynamischer gewesen. Dann wäre man mehr in diesem Rennen mit drin gewesen. Da haben sie sehr viele Schnitte immer wieder gehabt. Da haben sie sehr, sehr vieles. Wenn du mal gedacht hast, okay, jetzt fahren wir mal mit. Stellst du dann kurz darauf fest, okay, wir fahren mit, aber wir fliegen quasi mit der Drohne gegen den Verkehr. Das heißt, die Rennwagen kommen uns entgegen. Das hat uns beiden so ein bisschen gefehlt. Also das hätten wir echt, glaube ich, beide gerne gesehen. Also ich hätte es auf jeden Fall auch gerne gehabt, wenn man da ein bisschen mehr die Renne-Action mit drin hat, da ein bisschen reinkommt, noch mehr. Aber insgesamt fand ich es doch eine ganz runde Sache. Jan Margenborough fährt immer noch Rennen. Das gilt halt wirklich als eines der Top-Talente, die man da hat. Ob er jeweils jetzt noch was Größeres machen wird, ich glaube nicht, dass wir ihn in der Formel 1 sehen werden, was ich allerdings irgendwie echt schade finde. Aber trotzdem, es ist eigentlich eine echt coole Geschichte und zeigt auch, dass diese Videospiele nicht wirklich immer zum Verteufeln sind. Also wenn man daran denkt, dass es eben eine Rennsimulation ist, die, und das ist jetzt schon auch so zehn Jahre her, wo es gemacht wurde, das hat sich auch noch weiterentwickelt, genauso wie die GT Academy, man bekommt tatsächlich andere Leute auch greifbar. Und das, denke ich, sollte auch so ein bisschen Mut machen, den Menschen da draußen, die immer sagen so, hey, nee, ist doch nur ein blödes Videospiel. Nee, tatsächlich nicht. Es ist teilweise auch mehr wie das. Und natürlich, klar, Sony omnipräsent in dem Film. Ja. Ja, ist ja auch ein Sony-Film. Nee, ich meine zu dem anderen. Ich meine, wenn du 90.000 Leute einfach nimmst, random Leute, ja, und da ist es einfach, da hast du sowieso einen dabei, der das vielleicht kann. Das müssen noch nicht mal Videospieler sein. Ja, aber den musst du ja auch finden. Ja, genau, den musst du halt auch rausfinden. Ist halt, ich habe das damals gar nicht mitgekriegt irgendwie, die Aktion da, aber vielleicht, weiß nicht, 2011 habe ich da viel Gran Turismo noch gespielt oder gar nicht. Also ich habe die Aktion tatsächlich damals mitbekommen, aber nicht groß beachtet. Ich wusste nur, okay, das gibt's. Wahrscheinlich, wenn ich es mitbekommen hätte, hätte ich gedacht, ah, das ist eh nur Quatsch oder so. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ja, aber das, wie gesagt, ist für mich so ein bisschen der Punkt mit den Rennszenen, die mir gefehlt haben. Ansonsten, ich fand's ganz gut geschnitten, ich fand's ganz gut geschauspieltert auch. Naja, Butter bei den Fischen, das Drehbuch war scheiße. Also das Drehbuch. Also Neil Blomkamp, der Regisseur, der ja solche Sachen gemacht hat wie District 9 oder Chappy und hier, wie hieß das andere, Oblivion? War das Oblivion da? Ähm, der kann halt wirklich gut aussehende Action-Spektakel. Das kann er halt. Ähm, aber, ja, Drehbuch-mäßig, puh, also das war, also so eine schöne Underdog-Story aufzubauen, das ist doch eigentlich der Traum von jedem Drehbuchschreiber. Das hat ja sogar Sylvester Stallone hinbekommen, der ja selber das Drehbuch zu Rocky geschrieben hat. Ähm, ich meine, das kannst du ja wirklich gut darstellen. Vielleicht hätten sie, vielleicht war es ein Fehler, dass der, der eigentliche, der Jan Mardenborough, dass der auch mit am Film involviert war, weil der will natürlich dann auch vielleicht so Schlüsselpunkte seiner Karriere und seines, seines Schicksals irgendwie ein bisschen auf der Leinwand dargestellt sehen. Vielleicht war das das Problem. Vielleicht hätte man sagen müssen, komm, wir schmeißen das alles über Bord, nehmen den Namen und bauen eine geile Underdog-Geschichte auf, ne? Das hätte wahrscheinlich besser funktioniert als Story. Aber diese Dialoge, die waren ja wirklich aus der Hölle. Ja, sitzen die alle da beim Abendessen und, äh, also was du vorhin schon erwähnt hattest, wo der eine Rennstahlleiter, äh, nee, der eine Mechaniker da, den mitten vor der ganzen Mannschaft so, ja, aber die Kurve Nummer vier, die fährst du nicht richtig. Ja, mein Gott, das hättest du immer auch mal vorher sagen können oder so. Vielleicht, äh, in der Box vielleicht, äh, wo er mal reingekommen ist nach einer Runde, das musst du nicht beim Abendessen auspacken, solche Geschichten. Also, da ärgere ich mich einfach. Und, äh, ach, der Dialog aus der Hölle. Orlando Bloom wirkt es sehr fehlplatziert. Ähm, so ein bisschen, äh, also wahrscheinlich hat er null Plan, um was es hier eigentlich geht, was das ist, was er soll. Ähm, und die, 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 die Lines, die man ihm da geschrieben hat, ja. Ja, weil, ja, ähm, klar wirkt er fehl, ähm, es wirkt es so, als ob er fehlplatziert ist, weil er eben ja auch einfach die Idee hatte, aber keine Ahnung, was da dahinter steckt, glaube ich, alles. Ja, aber so ein, äh, ich meine, ich kann mich in so einen Marketingtypen schon ganz gut reindenken. Der hat ja so gut wie gar nicht gebrannt für seine Idee, ja. Der hat da so, ja, da können wir das machen und so. Und ja, wir verkaufen ja gerade wenig Autos, weil die Kids, äh, was weiß ich, die leihen sich alle ein Auto, und die wollen keins mehr selber haben und so. Wir brauchen wieder ein bisschen Marketing, damit die wieder ein bisschen zur Marke kommen und so. Oh, da hat er das da vorgetragen, vorgeleiert, dann mit seiner Idee. Ja, und noch sonst, äh, wo auch dann eine Boxen. Aber es ist Kritik auf relativ hohem Niveau, weil mir hat der Film eigentlich ganz gut gefallen, auch so von der Art her. Ähm, wo am Anfang da stand, Based on True Events, hab ich erst gedacht, ja, klar. Also, ich hätte mir vielleicht noch, noch ein bisschen mehr gewünscht, dass ich, dass ich den ganzen Film eher als ein Biopic akzeptiere, ähm, als dass ich denke, ja, da hat sich Sony irgendwas ausgedacht, so, so, um das Spiel zu vermarkten, ja. Weil ich hab das wirklich am Ende dann mitbekommen, dass es um tatsächliche Personen geht, die es wirklich gab. Und dann sieht man ja auch die Bilder und die Aufnahmen. Und man erinnert sich dann an Aufnahmen aus dem Film, die relativ nah dran waren an dem, was da in Real gezeigt wurde und so. Das fand ich richtig gut. Da hätte ich mir am Anfang vielleicht noch ein bisschen eine tiefergehendere Einführung gewünscht. Und ansonsten, apropos tiefer, da warst du ja noch gar nicht im Saal, ähm, äh, weil du ja die Moderation machst und die, die Preise immer wegbringen oder die leere Kiste wieder wegbringen musst, ähm, da war halt am Anfang auch so Dialoge mit seinen Eltern und das waren auch Dialoge aus der Hölle. Also wirklich so der Vater so, nein, du musst was Ordentliches machen. Äh, ja, schau dir den an hier, der spielt Fußball. Och, weißt du, ach nee, ey, das kann man doch alles ein bisschen, ach, ich weiß nicht. Äh, und dann auch so, so, da waren so, so, so Nachlässigkeiten einfach drin, weißt du, er meldet sich zu Hause bei sich, äh, an für das Rennen und dann muss er plötzlich in die Arcade, in die, in die Gaming-Halle. Warum? Äh, er kriegt dort die Meldung. Weil das Setup besser war. Hä? Weil das Setup besser war. Ja, ja, er kriegt dort die Meldung und wird plötzlich von seinem Kumpel, nee, damit er von seinem Kumpel angerufen werden kann. Deswegen, das war der Grund. Und so, hey, hier, damit er schnell da weg muss, weil sein Vater nimmt ihn mit auf die Bahn. Was war denn das? Damit er damit, äh, manche Szenen, puh, das, das sind wahrscheinlich alle Szenen, wo man sich denkt, hat wahrscheinlich die wirkliche Person erlebt, äh, dass er seinen Vater ihn mitgenommen hat, äh, auf die Eisenbahn oder was mit lernen sollte, fürs Leben oder irgendwas. Ja, aber ich weiß nicht, ich hätte das wirklich gestrafft und die, äh, das Drehbuch ein bisschen verschlankt und einfach eine geile Underdog, vom Underdog zum Sieger-Story gemacht, die sie ja auch ist, ja. Also, äh, die Story an sich ist ja da, hinter diesen ganzen Dickicht von, von, von Drehbuchästen, die da entstehen. Und, ja, und dann natürlich auch hier dieser Drill-Instructor, der dann die, ach, das war auch aus der Hölle. Naja, und ja, auch diese, diese Gruppendynamik bei diesen Kids, die da hinkommen, äh, da werden halt, äh, vielleicht Kate für dich, so, um dich auch mal wieder mit abzuholen, da werden halt so, so lauter, so eine, so eine Handvoll Kids, die werden da eingeladen, diese GT Academy, weißt du, da ist natürlich ja untereinander auch so ein bisschen Beef, weißt du, so Highschool-mäßig so, da ist einer, der ist so ein Bulli und der andere, und mit den, mit den Rennszenen, das hattest du ja auch schon gesagt, das, ähm, da wird ständig hin- und hergeschnitten, das ist ein, ein Staccato-Schnitt, sondern das Gleiche, ne, du siehst ihn von innen, so, wow, er fährt dann so und dann, ja, dich kriege ich noch, zack, Schnitt auf den anderen, zack, Schnitt, zack, Auto von vorn, zack, Schnitt, zack, Auto von hinten, ne, also du konntest nicht mal, irgendwie so, mal so ein paar Kurven wenigstens sehen, die gefahren werden, ja, wo man, wo man sagt, okay, jetzt hab ich so ein bisschen Gefühl für das Rennen, so ein bisschen aus der Cockpit-Perspektive oder aus der, äh, aus der Stoßstangen-Perspektive, die ja bei Gran Turismo, wo man das so einschalten kann, dass man so ein bisschen sieht, wie man, wie man da fährt und ach, das hat mich schon ein bisschen, fand ich schade, da war viel da. Ich möchte tatsächlich auch noch kurz was einwerfen, äh, es kann nicht sein, dass man sechs Sekunden in einer Runde locker aufholt. Ja, schwierig, es sei denn, der andere macht wirklich einen Fehler. Ja, aber auf dem Level, weiß ich nicht, aber ich muss mich ein was korrigieren, ähm, was ich in der Sneak gesagt hatte, diese Rundenzeit von Le Mans, ähm, die ist tatsächlich nach dem neuen Kurs genauso, wie sie es im Film gezeigt haben, das hab ich, ja, hab ich da nochmal nachgeschaut. Ich hatte es anders in Erinnerung, dass die viel länger waren, die Runden. Aber da möchte ich jetzt auch ganz kurz noch was sagen, ich finde es nämlich super spannend, oder finde ich immer super gut, auch wenn Filme anregen, dass man nochmal nachschaut, also dass man wirklich sich auch über Sachen nochmal informiert. Äh, siehe jetzt, was sind verglaste Bremsen, das wissen wir jetzt, da haben wir uns voll committed. Ähm, ich schaue jetzt die Rundenzeiten. Wenn du mal was hast, du wirst von der Polizei, sorry, ich hatte hier verglaste Bremsen, ich konnte hier nicht, der Blitzer, also, Ja, nee, aber halt, das finde ich echt spannend, oder auch halt wirklich die wahre Geschichte von Jan sich anzuschauen und was da auch wirklich alles abgebildet ist und was da auch wirklich tatsächlich auch richtig ist. Und sowas finde ich eigentlich, das spricht dann eigentlich auch für einen Film, wenn man dann sagt, hey, das schaue ich mir nochmal an oder das möchte ich tatsächlich wissen und dabei kommt dann rum, oh, 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 relativ gut getroffen im Film. Das finde ich, das finde ich gut, das spricht eigentlich auch wieder für den Film. Das hat das Interesse auf jeden Fall weckt. Wir hatten uns ja auch noch im Saal noch, wo das dann zu Ende war, nochmal ausgetauscht über Gran Turismo. Da habe ich festgestellt, du spielst das gar nicht so sehr. Also für mich ist das wirklich, war das wirklich immer der System Seller. Also, ich habe ja Ende der 90er in einem Spieleladen auch gearbeitet und wir hatten die Playstation damals ganz neu da und die ersten Spiele, ich weiß gar nicht, ob wir Gran Turismo sofort hatten, ob das sofort rauskam, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das kam erst ein bisschen später. Ich kann mich erinnern, wir hatten solche Sachen wie Porsche Challenge als Rennspiel, das fand ich ziemlich okay und weiß gar nicht, was wir noch als erstes so hatten. Auf jeden Fall habe ich dann, als dann Gran Turismo, als ich das gesehen habe und bei Gran Turismo 1 auf der, oder bei, das hieß ja damals nur Gran Turismo, auf der Playstation 1, die ja wirklich im Vergleich zu heute ja also wirklich kaum Power hatte. Da war es halt so, man hatte die Rennszenen, die waren halt so ein bisschen verpixelt, die Grafik war halt damals so typisch, war aber trotzdem top-notch zur damaligen Zeit und dann, wenn man das Rennen gefahren ist oder die Challenge gemacht hatte, wenn das zu Ende war, dann hat es einen kleinen Moment gedauert und dann hat er das Rennen nochmal gerendert und man hat dann wirklich in, ich sag mal, nahezu fotorealistischer, für damalige Zeiten absolut beeindruckender Grafik seine eigene Fahrt nochmal gesehen und das war für mich, wo ich anscheinend nicht davor, boah, habe ich mir damals auch so eine Playstation gleich geholt und das Gran Turismo da gespielt wie ein Verrückter und das war halt eben auch die Vision und die wurde halt umgesetzt. Und seitdem auch fast, fast jedes Gran Turismo, also gab es ja noch viele so Extra-Serien, die habe ich dann nicht extra gespielt, so Extra-Editions und so, aber diese Hauptsachen und jetzt auch auf der PS5, das Gran Turismo 7, ähm, das macht schon, macht schon sehr viel Spaß. Ist halt, ja, ich spiele auch gerne Forza, ich bin da eigentlich so ein bisschen, ja, äh, spiele ich halt auf dem PC dann und das an auf der Playstation hat jedes so seine Vorzüge. Bei Forza ist es halt so, du hast halt, also bei dem richtigen Forza Motorsport, ich rede jetzt nicht von den, von den Fun-Racern hier, die es da so gibt, ähm, da bei richtigen Forza, da kannst du halt auch richtige Rennautos fahren und auch richtig, ähm, auf bekannten oder auf anderen Strecken als bei Gran Turismo. Gran Turismo, die haben halt nicht alle Strecken. Ah, genau, nächster Kritikpunkt zu Gran Turismo, ich fand es so schade, dass sie, es gibt so ein paar legendäre Strecken bei Gran Turismo, über die man immer gescheucht wird in irgendwelchen Prüfungen, wo so bestimmte Kurven sind, die du immer machen musst und die hast du halt als Gran Turismo-Spieler einfach, die hast du so oft gesehen, weil du versucht hast, da noch eine Zehntel rauszuholen oder eine Hundertstel, damit du auf Gold kommst bei den, bei den Prüfungen und da, das hätte ich so geil gefunden, wenn die da, was weiß ich, den Laguna Seca Driveway genommen hätten oder irgendwelche, äh, Tokio oder irgend sowas, ähm, das hätte ich so geil gefunden, wenn da so eine Strecke drin gewesen wäre, aber gut, Nürburgring ist halt auch legendär bei, äh, bei, ähm, Gran Turismo, weil da gibt's halt echt so eine Prüfung, da musst du den kompletten Kurs von, von, vom Nürburgring, äh, unter, ich glaub, zehn Minuten oder so schaffen und die Strecke ist lang, also zehn Minuten, vollste Konzentration, jede Kurve richtig nehmen und der Nürburgring ist unerbittlich, ja, also der ist wirklich unerbittlich, ne, und die haben im Film, haben sie leider immer nur so die, ja, die Graden und sowas, aber der Nürburgring, der hat halt wirklich fiese Kurven, der hat auch so eine Steilkurve mit so komischen Platten, wo du wegrutschst, wenn du zu schnell reingehst, äh, ähm, kurz vor Startziel ist nochmal so eine, so eine Schikane und alles sowas, wo du denkst, du hast es geschafft, dann kommt nochmal so ein fieses Ding, was dich raushaut und so, das hätte ich so geil gefunden, wenn sie sowas ein bisschen gezeigt hätten, aber, ist natürlich klar, die Schauspieler sind keine Rennfahrer, das heißt, ähm, deswegen ist auch die Drohne immer gegen das Fahrerfeld geflogen, damit es noch schneller aussieht, weil die sind wahrscheinlich gar nicht so schnell gefahren alle, ja, aber trotzdem, ähm, also nicht nur für Gamer, denke ich mal, äh, ein cooler Film, auch der irgendwie, die, die ein bisschen Benzin im Blut haben, der letzte Fast and Furious ist eine Weile her, der nächste steht bestimmt schon irgendwann nächstes Jahr in den Startlöchern, also, kann man nicht damit, Fast and Furious, nein, ich meine jetzt die, die Autorennen, Rennsport-Action auf der Leinwand sehen wollen, für die Person meine ich, welchen, welchen Film gibt es denn noch? äh, Le Mans, Ja, aber der ist ja schon Weile her und das war nur einer, ich meine, jetzt aktuell gibt es gerade nichts im Kino, was so ein bisschen die Benzin im Blut, äh, Generation anspricht, ähm, deswegen, ja, ich schaue übrigens gerade noch nebenher, ob der Entwickler, der von, von Gran Turismo, also ich glaube, in dem Fall Katsunori Yamauchi, der war ja im Film zu sehen, der war, der war zu sehen, das war der richtige, das war der Originale, ne? Ja, genau. Habe ich nämlich auch überlegt und dann noch eine Frage natürlich an den, an den Erik, ähm, ja, Nerdwissen, wann kam denn der erste Teil von Gran Turismo raus? Wie gesagt, muss Ende der 90er gewesen sein, als ich, äh, in den Laden gearbeitet habe. Ja, gib, 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 in Deutschland, ich weiß nicht, ab wann wir es verkauft haben, vielleicht kurz vor der Jahrtausend, wenn das irgendwie so, verorte ich das so ungefähr mit dem Erscheinen von Matrix 99 oder so? Äh, es war tatsächlich 97 und eben, also 97 kam es raus in den USA, Europa 18. Mai 98. 18. Mai, ach, okay, na, ich verorte es ungefähr so mit 99, ja, okay. Naja, ich weiß ja nicht, wie damals so die, die Liefersituation und alles, ob wir es dann gleich hatten im Laden, doch, ich glaube, wir haben es dann Weihnachten 98, 90 haben wir es, haben wir es verkauft, ja. Ja, aber tatsächlich also auch eine Serie, die sich echt gehalten hat. Ja, ist auch geil. Das Einzige, was halt kurios ist, ähm, es gibt kein äußeres Schadensmodell, das heißt, wenn man irgendwo anrempelt, das Fahrzeug bleibt einfach perfekt, aber dadurch haben sie halt auch die Lizenzen von nahezu allen Fahrzeugen bekommen, weil natürlich kein Hersteller sein Fahrzeug kaputt sehen möchte. Das war damals halt der, das Riesending ganz am Anfang, äh, wo sie, es ist wie bei FIFA, oder jetzt heißt es ja EA Sports Football, ähm, du kriegst halt die Lizenzen dann, äh, du musst halt für die Lizenzen kämpfen, dass du halt wirklich die echten Fahrzeuge reinnehmen darfst in, in das Spiel und die haben halt gesagt, okay, wir machen sie nicht kaputt, egal wo die anrempeln, die bleiben perfekt, die glänzen und alles, und ja, das ist halt bei Forza anders, es bricht halt die Scheibe, oder geht der Scheinwerfer kaputt, dann ist halt, äh, nur noch auf der einen Seite Licht und sowas, also die haben es irgendwie auch geschafft, die Lizenzen zu bekommen, mussten vielleicht mehr bezahlen, wer weiß, ah, Microsoft hat mehr gehen. Das ist noch eine große Frage an den Ehren. Katsunori Yamauchi, oh Gott, ähm, hat in einem Film von 1995 die künstlerische Leitung übernommen. Dann hast du dir überlegen, von welchem Film? 95? Gab's da nicht mal so ein World of Warcraft? Ah, nee, das muss ja auch noch mit dem Tony. Ich verwette meine linke Hand. Final Fantasy? Dass du es gesehen hast, den Film. Es ist ein Film. Ja, gab's als Film, diesen Animationsfilm? 1995 hatte er die künstlerische Leitung bei Apollo 13. Ah, okay. Oh, künstlerische Leitung. Also ja, wie gesagt, ja, spannende Frage. Kate, haben wir dir Lust gemacht auf den Film? Du warst ja ein bisschen, als du gehört hast, dass wir aus der Sneak geschrieben haben, dass der kommt, warst du ja ein bisschen heiß drauf. Ja, und ich höre nicht auf Dinge, die du Böses über den Film gesagt hast. Das war vorab. Ich fand den Trailer echt mies, weil im Trailer hat sich schon das angedeutet, was sich im Film auch bewahrheitet hat. Das nehme ich das Drehbuch nicht so hundertprozentig. Aber, ja. Nee, ist mir egal, was ihr jetzt gesagt habt oder nicht. Ich will ihn auf jeden Fall sehen. Ja, ich denke mal, der könnte dir auch gefallen. Hast du mal beim, ach nee, der Chris hat wahrscheinlich gar keinen Gran Turismo. Doch, ich habe tatsächlich eins. Nee, ich habe das nie gespielt. Probier mal. Da gibt es so, nennt sich, nennt sich, du musst nicht immer Rennen fahren, du kannst am Anfang so Fahrprüfungen machen, da kriegst du Lizenzen. Und da musst du meistens nur so eine Kurve fahren und die möglichst perfekt. Das kannst du mal probieren. Das macht echt Spaß. Das mache ich eigentlich sehr, sehr gerne. Sag mir mal, wann soll ich dafür Zeit haben? Das, eine Kurve fahren? Eine Minute? Ja. Na gut, Chris aus seinem Zimmer scheuchen, Playstation anwerfen, okay, brauchst vielleicht zehn Minuten. Playstation steht hier. Ach so, okay. Naja, probier es mal aus. Das ist echt ein geiles, geiles Game. Also von uns wertungsmäßig, ich gebe sieben Punkte. Chris? Ich gebe ihm tatsächlich 7,5, weil ich hätte ihm acht gegeben, aber halt diese Renn-Szenen, die mir einfach gefehlt haben, plus die Dialoge haben, den Abzug gemacht. Aber ich kann ihn wirklich empfehlen, anzuschauen. Also ich habe ihn jetzt auch schon, nicht nur Kate empfohlen, ich habe es auch noch einem Kumpel empfohlen, der das, Denk an das Embargo. Ja, das, sorry, wenn das nicht läuft, rede ich darüber. Sony kann uns gerne zu ihren Premieren nach Stuttgart einladen, überhaupt kein Problem, dann reden wir auch sehr gerne über diese Filme, falls Sony das jetzt hört. Vielleicht müsste Sony eine Premiere in Stuttgart machen. Vielleicht war das ja eine geheime Sony Premiere, denn wir haben ja gelesen, auf der Seite von IMDB, auf der Gran Turismo Seite steht ja, dass der Film eigentlich schon eher starten sollte, aber durch den Darsteller-Streik, S-A-G-A-F-T-R-R-Streik, wurde der Release ein bisschen nach hinten gepusht in manchen Ländern. Aber um das überhaupt zu promoten, hat sich Sony entschieden, den Film in viele Sneak Previews zu bringen. Und zwar um das Ganze eben, a Sony spokesperson said, the stars can't promote the film, but the audience can. So, was wir ja tun. Wir sind ja die Audience und wir promoten diesen Film auch mit diesem Podcast und können den echt empfehlen. Absolut. Also trotz der Mängel, die ich jetzt aufgezählt habe, lasst euch dadurch nicht verwirren. Ich hatte echt viel Spaß in dem Film. Und er sieht gut aus, auf jeden Fall. Ist richtig topnotch. Und man sieht mal so die ganze Sony-Produktpalette vom alten Walkman bis zum neuen iPod. Vom neuen iPod oder so, nenne ich jetzt mal den Sony-iPod und Sony-Handys und alles Mögliche. Denn da sind natürlich Konkurrenzprodukte tabu. Ja, was ich auch schön fand, ist eben, dass nicht nur, obwohl der offensichtlich von Nissan ein bisschen gesponsert ist, der Film, dass da auch nicht nur Nissan zu sehen war, sondern auch mal andere Fahrzeuge, um es mal, ja, nicht so im Detail auszuführen. Aber auch da wieder, es ist halt, du kannst eigentlich froh sein, dass Nissan so dabei war, weil die sind ja auch, um die geht es ja hauptsächlich auch. Die treiben ja das, die GT Academy mit. Auf jeden Fall. Also Empfehlung von uns, Gran Turismo. Und was liegt denn morgen an? Der Tipp für die Sneakmorgen lautet, in der Schlaf. Ist da schon irgendwas eingegangen? Ja, es wurden zwei Tipps abgegeben. Einmal die letzte Fahrt, der Demeter. Und Sophia, der Tod und ich. Ach so, kann ich mal kurz erwähnen, dass ich Gran Turismo richtig getippt hatte, nochmal so, ne? Und es war nur ein Tipp und der war richtig. Sophia, der Tod und ich, ne, ich glaube nicht. Ich habe mir jetzt gerade mal so die Schnellbeschreibung durchgelesen. Ne. Dann tippe ich eher drauf, dass meiner kommt. Die letzte Fahrt der Demeter, mein Getippter, wo ja, das ist ja quasi die Vorgeschichte von Dracula oder sowas, wo der, die Demeter ist ja das Schiff, wo die Särge mit den Vampiren irgendwie überführt werden. und da schlafen halt die Vampire da drin. Vielleicht könnte passen, vielleicht kommt auch was ganz anderes. Schauen wir mal. Und wir gucken mal. Das ist ja nicht das erste Mal, dass was ganz anderes kommt. Schauen wir mal, was so ein neues anläuft, was so in den Charts ist. Kino Charts und Neustarts. Ich habe jetzt gerade die Charts von der, von Innenstadtkinos. Ich mache es mal, äh, warte mal. 31.7. Ich mache es mal alleine, weil ich, oder? Warte mal, ich kopiere es mal schnell rein. Es geht doch. Es geht doch. Ich fange schon mal an. Platz 5 ist Indiana Jones in Stuttgart. Ja, okay. Dann auf Platz 4 ist Lassie. Platz 3 Mission Impossible. Rogue, nee, nicht Rogue Nation. Dead Reckoning Teil 1. Sehr empfiehlenswert. Auf Platz 2 Oppenheimer. Hey. Platz 1 Barbie. Immer noch. war meine Tochter. Der muss, also ich habe jetzt schon von mehreren gehört, die drin waren, dass der echt gut ist. Also, dass der auch nicht nur was so für Mädels ist, sondern, dass der auch ziemlich viel Botschaft mit sich trägt, der Film. Also, dass der nicht nur Blödsinn ist. Okay. War meine Tochter gestern drin? Die waren im Autokino. Ja, wie fandst du die? Oh. Ich habe sie vorhin nur mal kurz gesehen, da hat sie sich irgendwas zu essen geholt. Da hatte ich noch nicht viel Zeit, mit ihr drüber zu reden. Ja, genau. Na, was habe ich jetzt gehört? Hier, wer sich entscheiden muss zwischen Oppenheimer und Barbie? Also, bei Oppenheimer muss man ja ein bisschen was über die Quantenmechanik wissen, über Radioaktivität, über die globale weltpolitische Lage im Jahre der, in den 60er, 50er, 60er Jahren und so. Und bei Barbie muss man auch viel über Frauen wissen, also geht lieber in Oppenheimer. Ist einfacher. Fand ich auch ganz witzig. Ja, was haben wir denn noch so Schönes hier im Angebot? Die Charts hatten wir jetzt gerade, da brauchen wir jetzt mal die Neustarts. Es startet neu, der Film, den ich wahrscheinlich auch sehen will. vielleicht wird es nicht das Kino bei mir, aber mal gucken, Reraku-Randevu aus der Eberhofer-Krimi-Reihe, eine der erfolgreichsten deutschen Filmserien übrigens. Ja, dann startet Gran Turismo, starbesetzter Action-Blockbuster nach der wahren Geschichte eines jungen Gamers, dessen herausragende Skills dazu führen, dass er zum echten Rennfahrer wird. Wohl, wenn es nach Skill ginge, da hätten die mich damals auch einladen müssen eigentlich da. Oder? Was für Skills? Also das Satz hätten die mich eingeladen. Ja, Gran Turismo-Skill. Achso, als Fahrer. Ja, natürlich, selbstverständlich. Das ist ja, dass die so einen, so einen, so einen, so einen ungeschliffenen Diamant da einfach so übersehen konnten, da bei ihrer. Ja, das ist traurig. Ja gut, aber Nissan, ich glaube, ich wäre nicht in eine Reisschüssel gefahren. Nee. Ähm, ähm, machen wir weiter. Sag mal. Nein, war nur Spaß. Die machen auch gute Autos. Ja. Äh, Hypnotic läuft an. Den hatten wir vor einigen Wochen in der Sneak Preview mit Ben Affleck als Detektiv. Regie Robert Rodriguez. Klingt eigentlich ganz geil, aber der Film hat uns leider nicht hundertprozentig überzeugt. Aber vielleicht bildet ihr euch mal euer eigenes Urteil. Ich glaube, ich habe ihn immer noch nicht verstanden, aber ist egal. Äh, dann startet ein Spionage-Thriller mit Gal Gadot als Doppelagentin und zwar Heart of Stone. Hm. Soll übrigens auch ein neuer Wonder Woman Film kommen mit Gal Gadot. Ah, ähm, oh, es kommen ja lauter Filme, die wir schon mal besprochen haben. Black Box, ein deutsches Drama von Arsley Özge, welches sich mit einem Porträt einer aufgebrachten großstädtischen Hausgemeinschaft den aktuellen Fragen unserer Zeit widmet, ist bei uns nicht so gut angekommen. Aber wir sind da, glaube ich, so ein bisschen die Ausnahme. Also bildet euch mal euer eigenes Urteil, wie auch bei Hypnotic. Ich wollte es gerade eigentlich auch noch sagen. also nochmal danke dafür, dass wir den sehen durften. Nur, ähm, schaut es euch selber an. Ich glaube, die Hörner ist. Das kann ja auch sein. Also geht rein, schaut ihn euch an und dann schreibt gerne auch einen Kommentar und sagt, ey, was seid ehrlich für Lappen hier? Habt ihr überhaupt gar keine Ahnung? Kann ja sein. Der Filmverleih, der uns den bereitgestellt hat, die hören nicht mehr jetzt zu. Fände ich aber schade. Fände ich schade. Weil ich finde eigentlich, unsere Meinung ist schon sehr gut. Es startet ein Kinder- und Familienfilm mit Deep Sea, und zwar ein chinesischer Animationsfilm über die kleine Shenxiu, die nach einem Sturm auf Hoher See in einer kaleidoskopartigen Traumwelt erwacht. Mhm. Das wirkt sehr bunt. Ja, auf jeden Fall. Sieht fast ein bisschen aus wie diese Hideo Miyazake-Filme. Es startet auch noch Zoe und Sturm. Ja, Pferdefilm. Bin aber weg. Ja, genau, was, was eher klingt wie eine Clique aus Brandenburg, handelt um ein Mädchen mit einem Pferd. Ja. Wow. Ein Familientrama um eine junge Frau, die Jockey werden will. Ich glaube aber übrigens, wenn du das so siehst, also bei Zoe und Sturm, ich glaube, Sturm ist das Pferd, oder? Da würde nämlich der Begriff Sturmhaube auch eine völlig neue Bedeutung bekommen. Jujujujujujuj. Sei es drum. Das andere, was hier noch drin steht, ist eine Doku, aber ich möchte sie trotzdem kurz erwähnen. Cat Daddies, Freunde für sieben leben. 89artige Männer, die danken ihrer Liebe zu Katzen, die unterschiedlichsten Herausforderungen des Lebens meistern. Ja, Tiere können nämlich da auch durchaus helfen. Definitiv. Jo, dann gibt es noch Kino-News. News. Hier, wenn ihr aus der Region Stuttgart seid, lohnt sich ein kleiner Blick nach Ludwigsburg zu den Nachbarn. Und dort gibt es nämlich wieder Open-Air-Kino. Da habe ich nämlich jetzt mal das Programm gesehen, was eigentlich sehr vielversprechend ist, würde ich mal so sagen. Also der Film, der jetzt morgen anläuft, Acht Berge, kenne ich jetzt nicht, aber heute zum Beispiel Sonntag läuft The Banshees of Ine Sharon, auch Oscar-nominiert, hat ja sogar Chancen gehabt, den ganz zu gewinnen. Dann am 8. August ein Film, der in das Niek lief, Die Insel der Zitronenblüten. Am 9. August, Re-Ragu-Rendezvous, haben wir gerade drüber gesprochen. Am 10. August, das Super Mario Bros. Film. 11. August, einfach mal was Schönes. Am 12. August, Chris, für dich, wenn da schönes Wetter ist, Samstag, 12. August, nach dem Pokalspiel. Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Ja. Re-Ragu-Rendezvous am 13. Und so weiter und so fort. Richtig gute Filme. Fisherman's Friends 2, Eine Brise Leben. Ja. Und so weiter. Mission Impossible, Dead Reckoning Teil 1, am 18. August. Also da wird nicht nur so die Rest der Rampe von den Filmverleihern gezeigt im Open-Air-Kino wie in manchen, sondern da ist es wirklich top. Sogar am Samstag, den 19. August, läuft Oppenheimer. Also wenn da schönes Wetter ist, nicht wie gestern. Ich glaube, gestern lief es nicht so gut dann. Da war aber auch sowieso hier dieses Music Open Air in Ludwigsburg. Wo auch, ich glaube, heute tritt Dieter Bullen auf. E-K-SK Music Open. Manchmal haben sie aber echt gutes Programm. Aber diesmal irgendwie, also für mich ist da nichts dabei, aber für viele andere natürlich. Am Freitag waren die Broilers da. Die sind auch gut. Oh, das ist gut. Ja. Und dann, wenn das vorbei ist, beginnt halt Open-Air-Kino. Aber das ist in der Karlskaserne, also nicht im Schloss, sondern in der Karlskaserne. Und da kann man echt schön gucken. Riesige Leinwand, schönes Ambiente, direkt neben Schloss, da in der Ecke. Also checkt das mal aus. Ich werde es mit verlinken in den Shownotes. Und falls ihr Open-Air-Kinos noch andere habt, ich weiß, in Stuttgart gibt es eins. Schickt mir ruhig mal einen Link. Dann wäre ich das auch mit verlinken. So, gehen wir mal ins Heimkino. Heimkino. Kate hat uns auf den Film Missing hingewiesen auf Netflix. Genau. Du hast ja schon gesagt, es sei so der inoffizielle Nachfolger von Searching. Würde ich jetzt so nicht sagen, weil es gab zwischenzeitlich noch andere Filme, die im gleichen Spiel gedreht wurden. Aber gleiche Darsteller und die Anfangsszene bezieht sich ja direkt auf Searching. Ja, aber es hat ja nichts damit zu tun. Der ganze Film hat ja nichts mit Searching zu tun. Ja, die Anfangsszene meine ich, die ist doch direkt das, was bei Searching das Ende war, geht doch direkt da weiter, wo die die Leiche finden. Da, wo die, wo die da ermitteln. Und dann ist auch alles ein Bildschirmfilm. Okay. Und da sind sogar, der eine Darsteller ist sogar wieder mit dabei. Ja, aber der ist ja nicht, also das ist ja nicht der gleiche, die gleiche Charakter. Deswegen sage ich ja inoffiziell. Ja, okay. Aber hat schon ein paar, ja. Wie du schon gesagt hast, Missing ist wieder ein Bildschirmfilm. Heißt, der ganze Film wird aus Sicht von irgendwelchen Kameraaufnahmen, Laptopsuche, Telefon, Handy, alles quasi mit Kameras, fest installierten Kameras gefilmt. Du hast nie irgendwie zwei Menschen interagieren normal in einem Raum. Das ist immer zwei Menschen interagieren in einem Raum und werden davon von einer Kamera vom Laptop abgefilmt. Also hat bestimmt jeder schon mal irgendeinen Film in dieser Variante gesehen. Diesmal geht es um die Mutter Grace, die war eine ganze Zeit lang alleinerziehende Mutter einer Tochter namens June, hat dann aber einen Mann kennengelernt online, den sie ganz süß findet, mit dem sie eben ausgeht und keine Ahnung und die wollen einen Urlaub machen und zwar in dessen, also ich weiß nicht, ob das sein Heimatland ist, aber er ist auf jeden Fall dort groß geworden. Er sagt zumindest, er sei da groß geworden und also, weiß nicht. Auf jeden Fall fahren sie nach Kolumbien und wollen da Urlaub machen und die June, die ist 18, die kann also quasi alleine zu Hause bleiben und sie nutzt es dann auch gleich aus, dass ihre Mutter nicht da ist und möchte eine Party feiern mit ihren Freunden und das Wochenende oder die ersten paar Tage, wo die Mutter weg sind, ist so ein bisschen im Zeitraffer gezeigt, die machen halt Party, du hast dann morgens, steht sie dann irgendwann auf, zehn, elf, hat dann irgendwie ihren Tag, telefoniert mit ihren Freunden, dann machen sie wieder irgendwas und so wie ein bisschen Zeitraffer mäßig erzählt und dann soll sie eigentlich ihre, also ihre Mutter und den quasi Stiefvater vom Flughafen abholen und dann geht sie da hin und dann macht sie noch ein Schildchen, willkommen zu Hause und filmt es so mit ihrer Kamera. Willkommen zurück aus dem Gefängnis. Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und will dann halt ein Video machen und du siehst dann halt in dem Video, dass sie da steht mit ihrem Schild und der Flieger ist da, die Leute kommen raus und sie wartet und wartet und ihre Mutter kommt aber nicht mit und dann versucht sie rauszufinden, wo ihre Mutter ist und stellt dann halt fest, okay, die hat ihren Handy-Tracking-Dings abgestellt, also sie kann nicht gucken, wo sie gerade sich befindet und dann versucht sie, sie natürlich anzurufen und da geht aber niemand dran und sie versucht dann, den Freund anzurufen, der geht aber auch nicht ins Telefon und dann entspinnt sich halt ein ganzes Wo ist meine Mutter hin? Die ruft dann auch bei der Polizei an und meldet das und die sagen halt, ja, jetzt mal abwarten, vielleicht hat sie nur eine Flieger später genommen und keine Ahnung und dann versucht sie halt in Kroatien mit den Leuten zu sprechen, zum Beispiel vom Hotel, sie weiß ja, in welchem Hotel die Mutter war, ruft dann dort an und dann versucht sie da eben mit Hilfe von Google-Übersetzer, was ich sehr lustig fand, mit denen zu reden und findet dann halt raus, dass sie quasi ihr ganzes Gepäck und alles noch dort ist und die aber eigentlich ja schon ausgecheckt haben müssten vor ein, zwei Tagen und ja, sie versucht dann halt rauszufinden, was Phase ist und findet aber niemanden so wirklich, der ihr helfen kann und dann kommt sie auf die Idee, was ich übrigens extrem cool fand, und es gibt so Reinigungsservices in den USA und wo du quasi so anrufen kannst, so, hey, ich brauche jemanden morgen, der mir das Haus aufräumt und putzt und da gibt es natürlich High Class und ein bisschen günstigere und billige Anbieter und ist dann halt eingefallen, hey, vielleicht gibt es das ja im Ausland auch und dann sucht sie in Kolumbien nach so einem Dienst und sucht sich einen ganz günstigen raus, weil sie ja auch nur begrenzt Geld hat und findet dann einen, den sie kontaktiert und überredet ihn dann, statt für das Geld irgendwas aufzuräumen, zu putzen, irgendwo hinzufahren und in der Landessprache Fragen zu stellen und ihr zu helfen und der möchte ihr dann, ist er so ein bisschen, hm, was willst du von mir und was soll ich jetzt machen, aber er lässt sich dann überreden, weil er eben voll bezahlt wird und auch dem Mädchen helfen will und so hat sie dann quasi einen Kumpan vor Ort der für sie ein bisschen rumfährt und Fragen stellt und ja, sie versucht dann halt alles mögliche rauszufinden, wo der, wie die sich kennengelernt haben, sie ja ihrer Mutter irgendwie nie zugehört, so richtig, wie die ihren Freund kennengelernt hat und versucht dann auch in ihr Google-Account reinzukommen, währenddessen parallel dann irgendwann doch die Polizei ermittelt und es dann tatsächlich zum Vermisstenfall erklärt wird und ja, sie geht dann dem Ganzen nach und forscht dann auch in der Vergangenheit von dem besagten Freund nach und findet dann auch öffentliche, also Kameras, so Webcams, die an manchen romantischen Standorten stehen in, gibt es ja in Paris und überall auf der Welt gibt es sowas ja und da findet sie dann auch was in dem Archiv, wo man die beiden sieht und ja, das entspricht sich dann alles zu so einem bisschen schon fast Thriller-artigen, weil es nimmt dann doch einen interessanten Twist, also eigentlich gibt es zwei interessante Twists, der erste, der hat mich tatsächlich überrascht, der zweite war dann so, das musste jetzt nicht mehr sein, aber der erste Twist, der hat mich, den fand ich echt gut und ich erzähle natürlich jetzt nicht, was das für ein Twist ist, aber den fand ich, den fand ich wirklich interessant. Grundsätzlich war der Film ganz cool, ich habe aber einen Kritikpunkt und das ist die Hauptdarstellerin, das ist die June, das junge Mädchen, das die June spielt, Storm Reed heißt die, ach, ich fand die echt schlecht, ich habe der das irgendwie nicht abgenommen und irgendwie, ich weiß nicht, wenn meine Mutter verschwindet, dann vergieße ich auch meine Träne oder so und die war halt immer nur, ich muss sie finden, ich muss sie finden, ich muss sie recherchieren und die hatte irgendwie in keiner Weise, in keinem Moment irgendwie auch mal Angst, dass ihr wirklich was passiert ist. Die hatte ja schon einen Schicksalsschlag zu verarbeiten gehabt und ich glaube, das hat sie auch dahingehend ein bisschen abgehärtet, dass ihr da vielleicht ruhig bleibt und weil es ist ja, wenn nicht so ist, ist das schön, Es ist ja jetzt noch nichts, es ist ja noch nichts passiert, also es ist ja jetzt, sie ist erst mal weg. Ja, aber als junges, 18-jähriges Mädchen, da denkst du dir die schlimmsten Sachen aus, vor allem, wenn du schon einen Elternteil verloren hast. Ich war auch mal 18 und ich habe auch schon Leute verloren, direkte Familien und Angehörigen und du denkst immer direkt an das Schlimmste. Ja, wenn ich jetzt verschwinden würde, wenn ich jetzt verschwinden würde oder so und meine Tochter, die würde dann wahrscheinlich auch eher ganz sachlich und erst mal wirklich versuchen zu recherchieren, die würde jetzt nicht sagen, oh Gott, oh Gott, der ist weg und würde heulen zusammenbrechen, sondern sie würde eigentlich erst mal alles versuchen. Wenn du verschwunden wärst, desto verzweifelter würdest du drauf werden. Okay, irgendwann wird es dann, klar, irgendwann wird es dann so eine, aber ich sage mal so im ersten Moment und ich glaube, sie steigert sich sie steigert sich so sehr rein in die Suche. Ja, man sieht ja, die hatte zig Tabs auf und hat lauter Notes gemacht und alles mit allen und recherchiert darum und so und vielleicht noch ganz kurz, die Putzkraft, ja, wird gespielt von Joaquin de Almeida und den mag ich total. Den mag ich seit damals El Mariachi, Desperado und wie es alles hieß und White24 war der mit dabei und den sehe ich total gerne irgendwie als Nebendarsteller und ich fand das so gut. Ja, ist der das? Ja, der ist es, cool und so. Wo der dann rumfährt und da mit seinem Moped fährt er dadurch durch Bogota oder wo die das sind und herrlich. Ja, das war wirklich, also wie gesagt, ich habe eigentlich nur zwei Kritikpunkte und das ist einmal die Hauptdarstellerin, die für mich komplett unecht rüberkam und der zweite Twist, ich finde, der hätte nicht sein müssen. War eigentlich auch passend, fand ich auch eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich fand das extrem stabil. Ich habe am Anfang gedacht, ah, okay, weil die Schauspielerin, und die musste ich mich auch erst mal so ein bisschen gewöhnen, weil das wirkte alles so ein bisschen YouTuber-Home-Video-mäßig. Da habe ich gedacht, okay, hätten sie mal eine richtige Schauspielerin nehmen können, wäre gut gewesen. Aber dann, es wird, es entwickelt sich dann, also wo es dann wirklich losgeht mit den Ermittlungsarbeiten und so, das war schon, war schon in Ordnung. Also ich, wirklich stabiles Ding von Netflix, was die da gemacht haben. Ja, also wie gesagt, ich fand den jetzt auch nicht schlecht oder so. Ja, ich habe halt Kritikpunkte, aber wir haben ja oft Kritikfilmpunkte. Ja, aber gerade bei Netflix haben wir Schlimmeres gesehen. Das stimmt allerdings. Wobei ich sagen muss, Searching hat mich halt damals komplett geplättet. Da habe ich, glaube ich, neun oder zehn Punkte gegeben, weil das einfach neu war. Wir hatten noch nicht so eine Art Bildschirmfilm. Und das ist jetzt schon der dritte oder vierte in der Art. Wahrscheinlich gibt es so viel mehr, die wir gar nicht kennen. Und das ist schon ganz cool gemacht, aber ich glaube, dass einem Teenager, ja, dass die da die ganze Zeit an ihrem MacBook oder so sitzt oder was weiß ich, woran sitzt, an ihrem Tablet und da auch dann immer die FaceTime-Funktion nutzt und Telefon übers Laptop. Ich glaube das schon, einem jungen Menschen. Damals bei Searching habe ich, dachte ich mir so, würde der wirklich so viel über den Computer machen, weil das ja ein älterer war. Der war ja schon, das war ja der Vater und der hat dann, was hat der, was war der, so Mitte, Ende 40? Sag jetzt nichts Falsches. Und ich glaube, dass, ja, aber der würde nicht sein ganzes Telefon, also, wenn ihr telefoniert, ja, dann telefoniert ihr mit dem Handy und? Nein. Also auf Arbeit nicht, nö. Alles pro Computer. Also dann musst du auch FaceTime und was. Nee, wir haben ja kein Apple. Wir haben da so ein Voice over IP und Microsoft Teams und so und das war alles da drüber. Cisco Webex. Aber hast du dann auch ständig die Kamera an? Na, die geht ja dann an, wenn du, nee, die ist nicht ständig an. Ja, aber die hat ja quasi immer dieses Feld offen, wo ihre Kamera, wo sie sich selber gesehen hat. Mit anderen, die das haben, dann ist die Kamera selbstverständlich an, klar. Ja, aber sie hat es ja auch offen gehabt. Ja, für den Film sollen sie die ganze Zeit ein schwarzes Bild schon zeigen. Ja, aber das ist halt unrealistisch. Du hast doch nicht die ganze Zeit dieses Kamerafeld offen. Das fand ich gerade ein bisschen besser, dass diesmal auch quasi die Kamera nicht so starr war. Bei Searching war es halt wirklich fast nur starre Kamera. Hier geht halt die Kamera auch mal raus. Man sieht, wie mit FaceTime jemand draußen unterwegs ist und ich will mal die anderen Sachen nicht spoilern, wie dann die Kamera nach draußen kommt. Ja, ja. Fand ich diesmal eigentlich ganz gut, dass es nicht so ganz so starr war und ich fand es tatsächlich gut, das zu Hause auf einem tatsächlichen Bildschirm zu gucken und nicht im Kino, weil ich glaube, das ist nicht fürs Kino gemacht, sowas. Ich habe auf dem Tablet geguckt. Ja, ne, ich habe es zwar hier auf meinem, hier unten in meinem Office oben auf dem Bildschirm geguckt, aber halt eben nicht auf der Kinoleinwand und das fand ich tatsächlich da auch wesentlich besser gelungen, weil es hat sich doch echter angefühlt, als im Kino die ganze Zeit einen Computerbildschirm zu sehen in einer Größe. Ja, ich fand es ganz cool. also ich fand auch, dass die Ideen sehr kreativ waren, wie sie an Informationen kommen könnte. Was ich aber nicht, ehrlich gesagt, nicht ganz verstanden habe, ist, sie hat es ja geschafft, sich in den Google-Account von dem Freund in Anführungsstrichen zu hacken. Sie hat halt das Passwort erraten. Ich frage mich halt, warum die Daten, die sie da drin gefunden hat, nicht als Beweis zugelassen werden würden in einem Verfahren, denn sie hat ja einfach nur das Passwort erraten. Sie hat ja keine illegalen Mittel verwendet, um reinzukommen. Klar, wenn jemand ein Passwort hinterlegt und du knackst das, genauso kannst du sagen, ich habe ja ein Schloss an meiner Tür, aber wenn jetzt jemand mit einem Dietrich da reingeht, dann ist das okay. Ja, aber die Polizei darf doch auch die Tür eintreten, wenn hinreichender Verdacht besteht. Gefahrenverzug ist, wenn zwei Menschen verschwinden. Aber wenn du jetzt als Privatperson, ohne dass du Gefahr vermutest, weil du wusstest ja erst mal noch nicht und selbst wenn du dann was, es ist in den USA sehr schwierig. Sie kann doch einfach sagen, sie wüsst, sie hätte ja nicht mal, sie hätte einfach sagen können, ich weiß das Passwort. Ja und, aber du darfst dich ja nicht einfach einloggen bei jemand Fremdes in Accounts. Ja, aber wenn ich das Passwort vom Chris wüsste und er würde verschwinden und ich würde mich einloggen. Ja, dann wäre es doch in seinem Interesse, weil ich ihn finden will. Chris ist bestimmt ordentlich und hat eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, sodass es dann nicht geht. Scheinlich, furchtbar. Ist so. Was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde. Ansonsten guckt euch mal den Film an, was alles für Sachen gemacht werden können, ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und bitte nicht für alles das gleiche Passwort verwenden. Definitiv. Auch keine fortlaufenden Zahlen hinten, was weiß ich, Sommer 2020, Sommer 2021 oder irgend sowas. Auf keinen Fall. Und schon gar keine richtigen, immer schöne Sonderzeichen mit rein und so. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall. Also ich fände, ihr habt das irgendwie, naja, egal. Aber ich fand auf jeden Fall die Ideen, die sie gebracht hat, kreativ dann auch eben diesen Putzmenschen da zu engagieren oder dann die Webcams von den Sehenswürdigkeiten zuschalten zu wollen und so. Das fand ich schon sehr kreativ gelöst, muss ich sagen. Mein persönliches Highlight war immer das Hey Siri. Das fand ich sehr, sehr cool, sehr, sehr lustig. Ja. Ja, insgesamt empfehlen, was gibt es denn so punktemäßig? Ich trage es gleich mal ein. Ich bin schon so bei acht, würde ich sagen. Acht, okay. Ja, ich muss gerade ein bisschen abwägen. Ich fand jetzt nicht ganz so gut wie Gran Turismo oder so. Den habe ich sieben gegeben. Ich gebe mal 6,5. Passt. Okay. Mensch, wir sind immer ganz schön weit in der Zeit, aber gut. Tar will ich auf jeden Fall noch und ja. Tar, Tar. Tar ist der Nachname einer Dirigentin, gespielt von Kate Blanchett. Sie ist eine weltweit angesehene Dirigentin. Sie komponiert auch selber. Sie ist so auf dem Peak ihrer Karriere und sie wird Musikdirektor des Berliner Philharmonikorchesters und ist dort quasi wohnt auch da in Berlin zusammen mit ihrer Frau Nina Hoss und sie haben auch eine kleine Tochter und sie will mit mit den Berliner Philharmonikern will sie ein ein Stück aufnehmen, was besondere Anforderungen hat, was besonders toll werden soll und diese Aufnahme, die soll halt richtig wegweisend werden für alle weiteren Aufnahmen von diesem Stück. Parallel dazu will sie auch noch ein Buch veröffentlichen über sich selbst und sie komponiert auch immer noch an einer, weiß nicht, an einem Stück herum, nenne ich es jetzt mal. Ich weiß nicht genau, was sie da, genau, ob es jetzt eine Symphonie wird oder irgend sowas und sie hat auch noch ein bisschen mit ihrer Art, hat sie auch ein bisschen Probleme gehabt in der Vergangenheit, da holt sie ein bisschen was ein, denn eine, die sie mal rausgeschmissen hat aus ihrem Orchester, die hat sich das Leben genommen und da nimmt natürlich Social Media auch so ein bisschen den Lauf und auch wenn sie, am Anfang sieht man sie, hält sie so eine Art Vorlesung in so einer Universität und dort haut sie ein paar Sachen raus, die ihr dann auch ein bisschen auf die Füße fallen, weil das irgendjemand aufnimmt und dann sieht man halt immer wieder, wie sie auch dieses Orchester dirigiert, wie sie sich da reinnördet in diese ganzen Sachen, wie sie versucht, die Partituren zu bekommen von anderen Dirigenten, um zu sehen, wie sie manche Sachen dort gemacht haben und inszeniert haben und so weiter und es ist insgesamt eine riesige Gemengelage von Problemen, die immer mehr werden gegen Ende, ich habe das Ende nicht verstanden, ehrlich gesagt, vielleicht kann mir mal jemand in der Direktnachricht mal das schicken, damit es niemanden spoilert, ich habe das Ende nicht kapiert, warum das Ende so ist, ich habe auch den ganzen Film, der ganze Film war nichts für mich, das ist ein Porno für Klassikliebehaber, der ganze Film und ich zähle mich nicht dazu, also ich kann jetzt mit klassischer Musik nicht ganz so wahnsinnig viel anfangen, das ist nicht ganz so meine Musik, ich finde es schön, wenn ich es höre und so, aber dass ich mich da jetzt so lange, zwei Stunden oder wie lange der Film geht, damit beschäftigen muss, 158 Minuten, oh Himmel, 158 Minuten der Film, okay, also das war auf jeden Fall nicht meins, aber was ich auf jeden Fall anerkennen muss, es war top gedreht, die Darstellerin Cate Blanchett, die Nominierung, alles der absolute Wahnsinn, rein technisch gesehen war der Film auch nahezu perfekt gedreht, zum Beispiel fängt der Film mit sehr wenig Audio-Audio-Filität nenne ich es jetzt mal an, also es ist wirklich fast Mono am Anfang, wenn die Personen sich unterhalten oder wenn irgendwas gezeigt wird, auch mit Musik und da werden dann nach und nach immer mehr Kanäle geöffnet, also ich habe das oben auf der großen Anlage geschaut, es war wirklich Wahnsinn, dann am Schluss die letzten Aufnahmen, du denkst wirklich, du sitzt irgendwo in der Elbphilharmonie oder in Berlin da irgendwo drin und ganz am Anfang war halt noch sehr wenig und das spiegelt auch so ein bisschen das wieder, wie sie sich wahrscheinlich fühlt mit den Problemen, die sie nach und nach einholen, es werden immer mehr und mehr und von allen Seiten und also rein dahingehend ist es wirklich ein Top-Film, aber er hat mir halt nicht gefallen, das ist nicht mein Thema, ich habe ihn jetzt gesehen, weil der Oscar nominiert war letztes Jahr und ich wollte ihn halt unbedingt sehen, aber den kann man sich jetzt im Streaming kaufen, was ich getan hatte, technisch nahezu perfekt, aber es ist wie wenn ich mir ein Kunstwerk anschaue, mit dem ich nichts anfangen kann, was mir nichts gibt, es ist nahezu perfekt, es sieht toll aus, es ist wunderbar, es steckt sehr viel Arbeit drin, aber es ist halt nichts für mich. Ich kann mir durchaus denken, dass da viele sagen, boah, der Film hat mich so umgehauen, es ist so beeindruckend, das kann ich alles nachvollziehen und den Leuten gönne ich das auch sehr von Herzen, aber für mich war es halt einfach nichts, obwohl Drehbuch, Kamera, alles, wofür es nominiert war für einen Oscar, bester Schnitt, Regie, alles absolut gerechtfertigt, aber es war nichts für mich, deswegen von mir nur fünf Punkte für den Film und jetzt darf mich gern die Community dafür zerreißen. Ähm, dann habe ich noch einen Film gesehen, den hatte ich mir mal aufgenommen gehabt, Aquarium of the Dead, was, könnt ihr euch da drunter was vorstellen, worum es da gehen könnte, ihr kennt ja meine Vorlieben. Ich überlege gerade noch, überlege noch. Also es gibt ja zum Beispiel of the Dead Filme, ja, da geht es ja um Zombies und hier, wie ihr jetzt richtig ahnen könntet, geht es um, ja, fischige Zombies sozusagen. Es gibt ein Aquarium, so ein Sequarium, wie es in den USA ja viele gibt, das hier ist irgendwo in Kalifornien, man muss vielleicht dazu sagen, das Ganze ist ein Asylum-Film, Asylum ist ja bekannt für ziemlichen Schund und hier ist es halt so, dass in diesem Aquarium da gelangt eine Substanz rein, die eigentlich entsorgt werden sollte, die sollte jemand entsorgen und diese Substanz sorgt dafür, dass die Tiere in dem Aquarium, also von Seesternen über Oktopoden, über sonst was alles, Fische natürlich, dass die alle ein bisschen am Rad drehen und die sterben und werden aber wieder erweckt quasi und sind dann nahezu unsterblich, weil sie ja natürlich Zombies sind und sie sind dann auf der Jagd nach den Menschen und da ist natürlich gerade der Bürgermeister oder irgend so ein Politiker da, der irgendwas machen will und sich da mal zeigen will vor Ort und dann sind da irgendwelche dämlichen Wissenschaftler vor Ort und das ist alles sehr, sehr, sehr dämlich und auf eine Weise dämlich, dass man sagt, das ist nicht lustig dämlich, das ist einfach nur dämlich und macht auch keinen richtigen Spaß, sind zwar ein paar lustige Szenen drin, wenn irgendwelche Leute von Seesternen angegriffen werden und sowas, aber ansonsten, da ist sehr viel im Studio gedreht, da siehst du auch so ganz schlechte Hintergründe und dann irgendwelche Leute, die um irgendein Funkgerät rumsitzen und mit irgendwelchen anderen Leuten da erzählen und da fehlt eindeutig die Action, da war nicht viel Geld da bei dem Film, da wird einfach versucht, da ein bisschen abzufischen, im wahrsten Sinne des Wortes das Publikum, die vielleicht so High-Filme mögen, deswegen von mir da wirklich nur zwei Punkte für Aquarium of the Dead. Okay, da hast du mal ganz schnell abgehandelt, dann Bereich Sonstiges, ein Podcast-Tipp und ihr kennt ja bestimmt Stephen Gäthchen, Schweigen im Lande. Schon mal gehört, ja. Stephen Gäthchen hat ja so einen Podcast, wo er so mit Filmschaffenden spricht und er hat jetzt einen neuen Podcast, da sind jetzt ein paar Folgen raus, die vielleicht auch die True-Crime-Fans ansprechen können und ich bin ja nicht so der True-Crime-Fan, ich mag das nicht so, wenn dann so zelebriert wird, so, ja, das war so geil, da hat so viele Leute umgebracht und das Blut und ein paar Gedärme. Stephen Gäthchen widmet sich allen möglichen Hollywood-Crime-Geschichten, deswegen heißt der Podcast auch Hollywood-Crime. gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, also ich höre das ganz normal über meine normale App, das ist ein RTL Plus Podcast und er hat da zum Beispiel das Thema R. Kelly, dann Sharon Tate mit Charles Manson, das was man ja auch durchaus kennt, Natalie Wood, dem berühmten Fall, O.J. Simpson natürlich, wer kennt es nicht, also lauter solche Fälle aus dem ganzen Hollywood-Star-Umfeld und was ich hier wirklich beeindruckend finde, ich habe schon ein paar so True-Crime-Podcasts ja schon mal reingehört und meine Frau hört gerne True-Crime-Podcasts, da höre ich manchmal was mit, wenn ich da im Auto sitze. Was hier bei ihm so besonders ist, wie ich finde, ich kenne jetzt noch keinen, der es so macht, vielleicht machen das viele so und ich weiß es nicht, da sind wirklich Original-Tonaufnahmen werden da mit eingespielt und irgendwelche Gerichtsaufnahmen und Interviews und so weiter spielt er dann immer mit ein, er erzählt über irgendwas und das ist sehr knackig erzählt, das zieht sich jetzt nicht ewig, das ist nicht so ein Zwei-Stunden-Format pro Fall, sondern das sind wirklich immer nur so halbe, dreiviertel Stunde und das ist wirklich gut zu hören, also gut geschnitten, gut gesprochen natürlich, Steven Gäthchen, Freund unserer Sendung, schöne Grüße und deswegen Empfehlung, Hollywood-Crime, wenn ihr mal wissen wolltet, was da so hinter dem Vorhang Hollywoods alles so passiert, manche Fälle sind natürlich sehr übel, ich habe jetzt gerade die R. Kelly-Folge gehört, seitdem muss ich auch meine Spotify-Playlisten mal ein bisschen ausmodden hier, aussortieren, das ist ja ganz furchtbar. Glaubst du nicht mehr, dass du fliegen kannst? Ganz furchtbar, also ich, darf ich da aber ganz kurz einhaken, zum Thema True-Crime-Podcast, es wird im August, geht es weiter mit Only Murders in the Spill, Ja, das wollte ich auch schon packen. Ja, definitiv und wir haben auch schon ein paar Darsteller announced, die jetzt mit dabei sind. Wird noch ein cooler August, also gerade was Serien angeht, ohne dass das im Spill ist. Lasst euch überraschen. Shokatano, wird spannend, ja. Ja, das sind so die Mid-Season, ja, da kommt einiges. Okay, dann, auf zu den Musiktipps, ich empfehle R. Kelly, da war nicht schlecht, da war nicht schlecht, da hat mich abgeholt. Kate, was empfiehlst du denn da, was ist denn das? Der Chris hat mir ja so eine tolle Playlist gemacht und da höre ich immer wieder rein. Damit du mal außerhalb von Taylor Swift irgendwas hörst. Das wird schwer, das nächste Jahr. Ich habe von Sugarcult A Memory. Ist das Metal? Nee. Klingt so. Ist eher so Punk. Ja. Auch nicht schlecht. Hier gibt es eine Akustikversion und die andere, halt die normale. Was möchtest du denn gerne? Akustik? Nee, die normale. Die normale. Pack ich auf die Playlist Kinokassongs. Jetzt sofort drauf. Chris, deins klingt nach Metal. Also wenn du meinst, ich kennst, dann weiß ich auch nicht weiter. Das ist auf jeden Fall aus dem Soundtrack von Gran Turismo. Ich habe Bad Meets Evil Fastlane und ich glaube, wenn du ihn anhörst, kennst du ihn. Stimmt, ja. Ich habe mich mit den Soundtracks jetzt noch nicht so beschäftigt von Gran Turismo. Ich habe ehrlich gesagt, schalte ich meistens die Musik aus, wenn ich fahre. Ich habe eins, das werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Nizza App ist eine geile Synthpop-Band und der Bon Harris, der ewig lange nichts gemacht hat mit Nizza App, der ist jetzt im Feature drin mit The Mobile Homes und der Song heißt Throne. Das packe ich jetzt mal drauf. Throne. Jawohl. Sofa muss nach vorn. So, alles auf unserer Playlist. Jetzt sofort können wir ja sofort hier aus dem Dokument schon wieder rauslöschen. Alles schon erledigt hier. Wunderbar. Dann, ja, schauen wir mal, was uns morgen in der Sneak erwartet. Hoffentlich schlafen wir nicht ein da bei dem Film mit dem Tipp und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen allen ZuhörerInnen. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören. Macht's gut. Ciao, ciao. Weil du gerade Buongiorno sagst, ne? Buongiorno. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen heute. Ich habe einen Kater, echt jetzt. Was? Du, du trinkst doch gar kein Alkohol. Ich frage euch das zu Recht, genau. Wir waren gestern italienisch essen und ich habe mir ein alkoholfreies Hefeweizen bestellt. Oh nein. Aber eins mit Alkohol bekommen. Und ich habe schon irgendwie so nach einem Drittel gemerkt, nee, das schmeckt doch irgendwie anders. Ich habe so zu Katja gesagt. Oh nein. Ja, dann habe ich noch so den gefragt, so, habe ich gesagt, es ist hier alkoholfrei. Ja, nix Alkohol, ja. Ist ja okay. Ja, aber dann habe ich es dann irgendwie dann doch gemerkt. Aber jetzt habe ich was, was ich schon ewig nicht mehr hatte. Von einem Bier, das ist echt hart. Das geht aber echt eigentlich nicht, ne? Also du kannst, das wäre, was wäre denn, wenn du jetzt zum Beispiel trockene Alkoholiker wärst? Zum Beispiel, ja. Das geht halt gar nicht. Ach ja, deswegen. Bin ich, also von einem, also manche brauchen da wahrscheinlich echt viel dazu, ich habe es noch nicht mal ausgetrunken. Du hast es noch nicht mal ausgetrunken? Nee, nee, ich habe es nicht ausgetrunken. Du hast trotzdem Kater. Das fing ja dann auch, ja, also nicht so richtig, wie ich, wie muss von früher, wie ich das dann auch kenne manchmal da, also, aber schon so, ein bisschen leichte Kopfschmerzen und so ein bisschen duselig und ja. Krass. Sehr gut, ja. Aber ewig nicht, hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal merke. Bis bald im Kinocast. 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 Bis bald im Kinocast.